Hallo und willkommen auf dem YouTube-Kanal Scientor, dem YouTube-Kanal, wo es sich alles rund um das Thema Schach dreht. Am Wochenende hatte ich jetzt endlich die Möglichkeit, mal wieder zwei Langzeitpartien zu spielen. Und zwar wurden die Partien der Liga nachgeholt, die jetzt schon anderthalb Jahre her ist. Und die letzten zwei Runden wurden dieses Wochenende nachgeholt. Und diese beiden Partien werde ich dir jetzt in den nächsten beiden Videos vorstellen. Und in dem heutigen Video werde ich dir die erste Partie zeigen, wo ich schwarz hatte. Und wir schauen uns mal an, was dort passiert ist. Unser Team spielt hier in der Landesklasse Süd. Ich habe hier am dritten Brett gespielt und mein Gegner hatte hier wahrscheinlich so eine Wertungszahl um die 1900. Ich habe das noch nicht genau nachgeschaut, aber wir schauen uns einfach mal an, was hier jetzt passiert ist. Weiß eröffnet wird erstens E4. Und wir sehen gleich hier die aggressive Herangehensweise C5. Ich spiele natürlich den Zizianer, um hier die Spannung hochzuhalten und hier auch ein Feuerwerk aufs Brett zu bekommen. Und hier sehr viel Spaß zu haben in der Partie. Und wir sehen auch den offenen Zizianer hier. Und ich kann hier endlich schön meine Neidorf-Variante spielen. Das macht doch Spaß hier. So wollen wir das doch haben. Und jetzt sehen wir hier von Weiß. Weiß spielt weiter mit Läufer G5. Mit einer der schärfsten Fortsetzungen hier. Und hier nach gibt es mehrere Optionen weiter zu spielen. Zum einen kann man E6 machen oder manche spielen auch E5, aber das ist nicht so gut an der Stelle. Ich spiele hier ganz gern weiter mit Springer D7. Und hier nach sehen wir von meinem Gegner eher eine Nebenvariante. Die Hauptzüge sind hier zum einen F4, sieht man sehr häufig. Und danach Dame F3 und der Standardangriff, sieht man sehr sehr häufig an der Stelle. Dann Dame E2 wird hier auch häufig gespielt von Weiß. Was auch die Idee hat, hier eventuell mal E5 durchzusetzen und auch lang zu rochieren. Aber auch Läufer C4 ist möglich. Aber mein Gegner überrascht mich hier und findet noch eine weitere Option. Er spielt hier weiter mit Dame F3. So, und Dame F3 war schon komplett neu für mich. Ich wusste, dass es den Zug hier gibt und dass der spielbar ist. Aber ich konnte mich hier überhaupt nicht mehr an die Varianten erinnern. Und deswegen war ich hier schon auf mich selbst gestellt und dachte mir hier, okay, machst du einfach logische Züge und schaust mal, was bei rumkommt. Und den ersten logischen Zug, den ich hier gespielt habe, ist einfach Dame C7. Ich meine, die Dame steht auf C7 eigentlich immer ganz nützlich in diesen Stellungen. Und ja, genau, Dame C7 habe ich hier gespielt. Wir sehen jetzt Lange Hochhade von Weiß. Und hier habe ich ein Motiv gespielt, was ich aus einer anderen Variante kannte, wo Weiß eben mit F4 gespielt hat, wo der Bauer eben hier stehen würde. Und da kann man immer ganz gut hier mit B5 spielen. Aber hier an dieser Stelle funktioniert es tatsächlich nicht. Es ist jetzt nicht so einfach zu sehen, aber tatsächlich ist hier B5 schon ein groberer Fehler. Und zwar kann Weiß hier weiterspielen, mit Läufer schlägt F6. Und jetzt schlägt der Computer schon gesteckt F6 vor, was es natürlich nicht sein kann hier, den Doppelbauer schon einzugehen, lässt auch den weißen Springer nach D5. Wir sehen schon, das wäre wohl die beste Variante hier für Schwarz. Das kann es wirklich nicht sein. Aber ich hatte natürlich vor, hier mit dem Springer zu nehmen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum das hier nicht funktioniert. Und das Ding ist, im Gegensatz zu der anderen Variante, kann hier Weiß mit E5 spielen. Und ich dachte, E5 funktioniert hier nicht so gut, denn Schwarz kann immer hier mit Läufer B7 A Tempo gegenhalten eigentlich. Und ich hatte jetzt hier durchgerechnet, okay, jetzt könnt ihr schlägt D6 folgen und nach Läufer schlägt F3, schlägt C7, Läufer schlägt D1. Gewinne ich die Qualität und Schwarz sollte hier besser stehen. Ich habe das hier sogar noch ein bisschen länger mir überlegt, ob das wirklich gut ist. Und tatsächlich wäre das hier besser gewesen für Weiß, diese Abwicklung hier. Obwohl Weiß hier eine Qualität verliert, ist der Bauer auf C7 so stark, dass er sich das hier leisten kann. Und konkret sollte Weiß hier sofort weiterspielen, die Variante wollte ich euch unbedingt zeigen hier an der Stelle, mit Läufer schlägt B5. Er opfert noch eine weitere Figur, steckt noch eine weitere Figur hier ins Geschäft rein. Und jetzt nach A schlägt B5, könnt ihr Turm schlägt D1 folgen und Weiß hat einfach einen klatten Turm weniger, aber steht hier trotzdem besser. Das ist doch eine kranke Variante hier. Natürlich auch wahrscheinlich weit über der Ratingklasse, in der wir hier spielen, aber der Computer hat einfach diese schöne Variante hier ausgespuckt und die wollte ich euch nicht vorenthalten hier an der Stelle. Zum Beispiel könnt ihr jetzt noch E6 folgen hier, einfach um auch den schwarzfätrigen Läufer von mir mal mit ins Spiel zu bekommen. Aber jetzt kommt einfach Springer C6 und das droht jetzt schon konkret Turm D8 Schach und das wäre demnächst auch Matt. Denn ich könnte nur mit dem Turm wieder nehmen und dann würde Steg D8 mit Matt folgen. Und die einzige Verteidigung dagegen ist eigentlich Läufer E7 und jetzt können wir einfach Springer Steg B5. Und fragt mich nicht, wie das Ganze hier funktioniert, aber Weiß soll hier besser stehen in dieser Variante. Absolut verrückt, jetzt kommen hier die ganzen Figuren halt rein, Weiß hat immer noch den starken Bau auf C7 und wird wahrscheinlich genug Material dafür bekommen. Okay, die Variante wollte ich euch einfach unbedingt nochmal zeigen hier an der Stelle. Natürlich weit außer unserer Ratingklasse und mein Gegner hat es zum Glück auch nicht gefunden hier, denn ja, ich denke, wenn der Computer sagt, dass das deutlich besser für Weiß ist, dann glauben wir ihm das auch mal. Aber zum Glück hat mein Gegner hier das Ganze nicht gefunden, sondern spielt hier weiter mit Läufer D3 und hiernach ist die Stellung wieder ausgeglichen. Jetzt kann ich hier ganz entspannt meinen Läufer B7 spielen, was ich auch gemacht habe, mit der Idee hier einfach mehr Druck auf E4 zu machen und der Läufer steht auf dieser Diagonale natürlich auch gegenüber der Dame, was natürlich auch sehr nützlich ist. Wir sehen von Weiß jetzt A3 und nach A3 habe ich mich hier spätestens schon sehr, sehr wohl gefühlt. A3 kann hier Weiß immer mal spielen, das ist auch kein schlechter Zug, aber es gibt mir eben noch mehr Zeit und das ist halt eine sehr langsame Herangehensweise, wonach Schwarz hier mehr Zeit hat, sich besser aufbauen kann. Und meistens ist der weiße Angriff jetzt nicht mehr so stark, kommt nicht mehr so schnell und ist nicht ganz so gefährlich hier für Schwarz. Deswegen spiele ich hier einfach weiter mit G6, das mache ich hier sehr gerne, jetzt hier in so einen Drachenartigen Aufbau überzugehen. Das funktioniert ja auch ganz gut, mit der Dame auf C7 erst recht, die ist im Drachen ja auch häufig auf C7. Wir sehen jetzt Turm H1, ein logischer Zug, bringt den Turm ins Zentrum hier, Läufer G7 und Dame H3. Und spätestens hier sehen wir, dass mein Gegner sich mit seiner Eröffnung hier nicht ganz so sicher war und irgendwie hier ein bisschen komisch mit der Dame rumzieht. Ich meine, er ist Dame F3, jetzt Dame H3. Was macht die Dame auf H3? Die Frage kann ich euch leider nicht beantworten. Ich habe auch danach nochmal mit ihm geredet und er meinte auch, er weiß nicht genau, warum er Dame H3 gespielt hat oder was dieses Damenmanöver sollte. Auf jeden Fall habe ich einfach rochiert, ist ein logischer Zug hier an der Stelle. Wir sehen jetzt Läufer H6, auch der Läufer zieht jetzt zum zweiten Mal. Das sieht alles schon sehr merkwürdig aus, was weiß ihr macht. Und Schwarz sollte hier auch guten Vorteil haben, einfach weil ich besser aufgebaut bin hier an dieser Stellung und hier schon direkt meine Bauern habe, mit denen ich hier angreifen kann. Okay, wir sehen jetzt Dame C5, den spiele ich immer ganz gerne. Und ich will hier eigentlich Springer B3 provozieren, denn auf B3 steht der Springer immer schlechter als auf D4. Und konkret würde das hier sogar sofort einen Bauer verlieren, denn der Bauer auf F2 hängt. Ich könnte jetzt erst auf H6 nehmen und dann würde der Bauer hier hängen. Das heißt, das funktioniert sowieso nicht für weiß. Und mein Gegner hat sich auch entschieden, hier einfach mit dem Läufer wieder zurückzuziehen. Und ich mache einfach wieder Dame C7. Hab das mal abgefragt hier. Mein Gegner könnte hier die Zugwiederholung versuchen, auch wenn ich das hier nicht eingehen würde. Wir sehen in der Partie, auch mein Gegner will weiterspielen, er spielt hier mit G4. Und G4 sieht jetzt erstmal so aus, als würde Weiß hier jetzt Gegenspiel bekommen, als würde er hier einen Angriff starten. Das droht jetzt vielleicht G5. Aber reell ist G5 tatsächlich gar keine wilde Drohung. Was geht nach B5 weiter? Wie soll das Ganze hier vorangehen? Da passiert nicht wirklich viel. Und genau das habe ich auch so gesehen, aber habe hier trotzdem keinen so guten Zug gespielt. Denn G4 hätte man hier sofort ausnutzen können. Und Weiß macht das hier, indem er hier mit Springer E5 weiterspielt. Was sofort Druck auf G4 macht, jetzt mit beiden Springern. Und nach G5 würde hier Springer schlägt D3 folgen, Bauer schlägt D3. Jetzt Läufer nach C8. Ein schöner Zug, ein schöner Rückzug, der hier die Dame angreift. Ihr seht schon, das ist eine Computervariante hier. Sowas hätte ich in der Partie, ich weiß nicht, ob ich es gesehen hätte. In der Partie habe ich es nicht gespielt. Aber wir sehen jetzt hier noch zum Beispiel Dame G2, Springer G4. Und wir sehen schon, die schwarzen Figuren sind hier wesentlich aktiver. Ich habe jetzt schon das Läuferpaar. Weiß verliert jetzt auch noch seinen schwarz-fettrigen Läufer. Und danach steht Schwarz hier auf jeden Fall besser. Dann hat Weiß keinen Angriff mehr. Ich habe das Läuferpaar. Und wer sich mit Neidorf so ein bisschen auskennt, meistens wenn es Schwarz schafft, ins Endspiel zu kommen, ist das schon gut für ihn. Aber hier konkret will ich wahrscheinlich nicht mal ins Endspiel, sondern kann hier auch noch angreifen mit dem Läuferpaar. Weiß hat kein Gegenspiel, die Stellung ist hier zu. Das ist grauenvoll hier für Weiß. In der Partie habe ich das nicht gefunden. Und spiele hier weiter mit Springer B6. Meine Idee war hier einen Springer nach C4 reinzustellen. Was auch ein häufiges Manöver ist und was ich hier auch ganz schön fand an der Stelle. Mein Gegner macht jetzt hier Springer nach E2 zurück. Und den Zug habe ich auch wieder überhaupt nicht verstanden. Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte er hier den Springer nach F4 stellen oder irgendwie F4 unterstützen. Er hat für mich auf jeden Fall nicht so viel Sinn ergeben hier, dieser Zug. Ich spiele einfach weiter mit Springer C4. Das war ja eben mein Plan hier an der Stelle. Wir sehen jetzt Läuferstück C4. Weil es hat auch keine große andere Option, wie er hier weiterspielen kann. Es hängt im Moment seinen Schwarz-Ferträger-Läufer. Dem will er auch ungerne hier abgeben. Und von daher ist hier Läuferstück C4 gespielt worden. Wir sehen jetzt Dame-Schlägt C4. Natürlich nimmt Schwarz hier mit der Dame wieder. Denn wenn ich mit dem Bauer hier wieder nehmen würde, schließt das hier die C-Linie. Und das ist eigentlich die Linie, über die ich angreifen will. Deswegen ergibt überhaupt keinen Sinn, diese Linie zuzumachen. Oder? Habe ich auch nicht gemacht. Sondern spiele ich weiter mit Dame-Schlägt C4. Auf Dame-Schlägt C4 sehen wir jetzt F3. Weil es stabilisiert seine Struktur. Im Moment hing ja auch der Bau auf E4. Und jetzt über den nächsten Zug bin ich nicht besonders stolz. Und ich glaube hier an dieser Stelle habe ich auch sehr lange nachgedacht. Und habe hier auch so ein bisschen den Faden verloren. Denn Schwarz steht hier schon sehr gut. Einfach weil der schwarze Angriff ein bisschen schneller ist. Und ich sollte mich jetzt auch daran machen, hier entweder A5, B4 zu spielen. Oder einfach den sehr logischen Zug, und den ich auch lange überlegt habe, Turm FC8 einfach zu spielen. Der Turm hat noch nichts gemacht. Der steht noch auf keinem sinnvollen Feld. Will hier rüber mit in den Angriff rein. Der logischste Zug überhaupt in dieser Stellung. Keine Ahnung, warum ich den dann doch nicht gespielt hatte. Ah doch, ich weiß es sogar. In der Partie habe ich mir nämlich gedacht, okay, weiß wir vielleicht G5 spielen. Mit G5 greift er hier meinen Springer an. Und der muss dann irgendwie zurückweichen. Und ich wollte nicht unbedingt Springer E8 spielen, weil das dann meinen Turm hier einsperrt. Und ansonsten hat der Springer auch kein schönes Feld. Nach H5 wollte ich ihn auch nicht stellen, wo er so ein bisschen abseits steht. Sondern ich wollte den Springer noch mit im Angriff haben. Und das war der Grund, weshalb ich hier Springer nach D7 gespielt habe. Bin ich besonders stolz über den Zug. Denn dieser Rückzug ist einfach zu langsam. Und ich sollte hier eher meinen Angriff voranbringen. Oder mit Turm FC8 weiterspielen. Dennoch sollte hier Schwarz immer noch minimalen Vorteil behalten in dieser Stellung. Weil er sich eben nicht wirklich sinnvoll aufgebaut hat hier in der Öffnung. Wir sehen jetzt Läufer H6. Und jetzt sieht man erst recht, dass mein Gegner hier wirklich auch nicht so richtig weiß, was er hier macht. Ich spiele jetzt mit Läufer H6 weiter. Der Läufer war schon mal auf H6. Er war auch schon mal auf G5. Er war jetzt schon mal auf E3. Und jetzt geht er wieder zurück nach H6. Macht das super hier. Der Läufer darf sich viel bewegen in dieser Partie. Und tatsächlich hätte ich hier das sofort ausnutzen können. Indem ich einfach mit Läufer schlägt H6 weiter spiele. Und nach Dame schlägt H6. Hätte ich hier sofort mit A5 angreifen können. Und das ist sehr sehr gefährlich und tödlich hier für Weiß. Der beste Zug wäre jetzt hier A4 zum Beispiel. Und jetzt schlägt A4. Es droht weiter A3. Und Weiß wird hier aufgerissen. Spaß steht hier sehr gut. In der Partie übersehe ich das leider. Und dachte mir, jetzt mache ich Turm FC8. Ich wollte das vorhin schon machen. Mein Läufer muss ich jetzt so oder so tauschen. Ist doch egal, ob ich auf H6 nehme oder er auf G7 nimmt. Turm C8. Jetzt folgt hier Läuferstück G7. Königstück G7. Und Springer D4. Und Springer D4 sagt der Computer hier, dass das ein Fehler sein soll. Wobei ich den Zug in der Partie ganz sinnvoll fand, hier um den Springer aber wieder zu zentralisieren. Dieser Rückzug mit Springer E2 war sowieso Schwachsinn von meinem Gegner. Da hat der Springer einfach überhaupt nichts zu suchen und hat da auch nichts gebracht. Deswegen Springer D4 fand ich ganz gut hier, dass er den gemacht hat. Okay, ich dachte mir, jetzt wird es aber endlich mal Zeit. Ich muss hier irgendwie die Stellung öffnen und spiele weiter mit B4. Ist auch der beste Zug, wird auch vom Computer vorgeschlagen. Wir sehen jetzt hier schlägt B4, Dame schlägt B4. Und jetzt folgt hier G5. Okay. Und ich dachte nach G5, dass so eine die Idee ist erstmal. Ja, mein Springer hängt. Ich muss mich darum kümmern. Aber ansonsten ist die Stellung doch jetzt hier zu. Da droht mir nichts mehr groß. Und ich kann jetzt einfach hier angreifen. A5, A4, A3. Ich habe überhaupt keine Probleme und werde hier einfach gewinnen. Und meine Idee war jetzt auch, okay, ich habe den Springer schon nach D7 gestellt. Ich will den mit in den Angriff haben. Wo steht der Springer hier am besten, um mit dem Angriff dabei zu sein? Natürlich auf C4. Wie kommt er nach C4? Über E5. Und deswegen habe ich Springer E5 gespielt. Der Computer schlägt hier Springer C5 vor. Und das verhindert auch eine Idee, die wir später in der Partie sehen. Kann auch sein, dass er den Zug deswegen vorschlägt. Aber wie gesagt, ich fand Springer E5 hier sehr logisch an der Stelle. Wir sehen jetzt hier F4 und Springer C4. Jetzt kommt auch mein Springer mit in den Angriff rein. Und ich dachte hier in der Partie schon, dass Weiß keine große Verteidigungsoption mehr hat. Denn B2 hängt. B3 ist nicht möglich wegen zweizügigem Matt. Das kann Weiß nicht machen. Und ansonsten funktioniert hier auch nicht mehr besonders viel. Der Punkt hängt einfach. Aber ich habe komplett übersehen, dass Weiß hier einfach Springer B3 hat. Das habe ich erst nach Springer C4 gesehen. Und hiernach habe ich jetzt A5 gezogen. Und A5 ist noch der richtige Zug hier. Dennoch kriegt hier Weiß jetzt ganz schön Gegenspiel. Und ich habe das komplett unterschätzt. A5 ist sogar schon der Fehler. Genau. A5 war der Fehler hier an der Stelle. Und ich habe einfach das gegnerische Gegenspiel hier überhaupt nicht gesehen. Und auch überhaupt nicht... Ich dachte, er hat hier so viele komische Züge gemacht. Er kann hier überhaupt kein Gegenspiel haben. Aber tatsächlich nach A5 kam auf einmal Dame H6 Schach. Und das kam für mich wie so ein richtig kalter Schlag einfach. Bam. Mitten ins Gesicht. Denn ich wusste jetzt hier überhaupt nicht, wie ich gegen den Angriff von Weiß spielen soll. Ihr könnt ja gerne selbst mal das Video anhalten und überlegen, was die Idee von Weiß ist. Und warum ich hier mich schon so unwohl gefühlt habe. Okay. Wir sehen jetzt hier, es gibt nur einen Zug, der hier für schwarz die Stellung noch hält. Falls ich hier König G8 spielen sollte, dann stehe ich hier schon ziemlich, ziemlich schlecht. Wenn nicht sogar schon auf Verlust. Ich glaube hiernach gewinnt schon einfach Turm D3, was die Idee hat, den Turm hier rüber zu bringen. Aber auch F5 ist stark, um hier F6 zu spielen. Und danach bin ich einfach tot. Deswegen ist es sehr wichtig, den König nach H8 zu stellen. Und jetzt sehen wir wieder die Idee, Turm D3. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum der Computer vorhin meinte, ich soll den Springer besser auf C5 stellen. Weil das dann Turm D3 verhindert. Wobei mein Gegner dann Turm E3 hat. Also es ist alles nicht so einfach. Zumindest wäre dann Springer B3 auch nicht möglich gewesen. Aber so ging es in der Partie jetzt weiter. Und hier, das hat mich wirklich kalt erwischt. Ich habe jetzt gesehen, okay, es droht Turm H3. Der einzige Weg, um danach H7 irgendwie decken zu können, mich hier verteidigen zu können, ist, indem ich hier Turm G8 spiele. Meinen Turm rüber in die Verteidigung bringen. Und jetzt sehen wir Turm H3, Turm G7 und F5. Sehr stark und sehr konkret gespielt hier von meinem Gegner. Und mit F5 plante jetzt F6. Und wir hatten hier beide noch so 25 Minuten, würde ich sagen. Würde ich mal schätzen. Und ich dachte irgendwie, dass ich hier forciert wäre, diesen Bauer auch rauszunehmen. Irgendwie in meinem Kopf gab es gar keine andere Möglichkeit, außer diesen Bauer zu nehmen. Und das war der grobe Fehler in der Partie. Es ist hier nötig, dass Schwarz mit F6 weiterspielt. Und nach F6 folgt hier zum Beispiel G schlägt F6, schlägt F6. Und selbst wenn Weiß hier den Bauer auf G6 nehmen sollte und es hier erstmal gefährlich aussieht, spielt Schwarz einfach A4, weil Weiß hat hier überhaupt keine Drohung und Schwarz gewinnt. Schwarz steht hier auf Gewinn. Der Springer hängt jetzt. Wenn der Springer wegzieht, kracht es auf B2. Und Weiß ist tot. Wie es so häufig ist im Neidorf, dieser Zweiflügelangriff, das macht mir natürlich mega Spaß, auch diese Stellung zu spielen. Und ja, hier an dieser Stelle habe ich es aber einfach verpatzt. Wir sehen, auch falls Weiß hier auf G6 nehmen sollte, kommt auch einfach A4. Denn Weiß hat hier keine Drohung. Das Einzige, wie Weiß sich hier noch am Leben halten kann, ist, indem er erst auf G6 nimmt und jetzt nach EF6 springen er die 4, wird hier vom Computer vorgeschlagen. Aber das kann es ja auch nicht sein. Da hängt einfach der Bauer auf B2. Also tatsächlich hätte ich hier mit F6 auf Gewinn gestanden. An dieser Stelle. Aber in meinem Kopf gab es irgendwie nur, oh mein Gott, da kommen Bauern auf mich zu. Ich muss die Bauern beseitigen. Ich nehme den raus. Aber das war der kritische Fehler und der entscheidende Fehler für die Partie. Jetzt folgt hier schlägt F5 und nach F6 ist jetzt der Unterschied, dass nach schlägt F6, Bauer schlägt F6, die Dame auf F6 nehmen kann. Und das ist das große Problem hier, denn jetzt ist mein Turm gefesselt, mein König ist noch mehr offen. Und ich habe gar keine Zeit hier mit A4, mein Gegenspiel groß vorzubereiten. Falls ich hier mit A4 spielen sollte, kommt nämlich einfach Turm E7 und ich werde hier matt gesetzt. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte hier. Das hatte ich einfach übersehen. Ich hätte den Bau auf F5 nicht nehmen dürfen. Wir schauen uns nochmal an, wie es hier weitergeht. Ich kämpfe noch weiter mit Sprenger E5, verhindert hier Turm E7. Und wir hatten jetzt beide auch echt wenig Zeit, das war hier die Zeitnotphase. Ich war glaube ich jetzt so bei einer Minute, mein Gegner hatte noch 4, 5 Minuten. Wir sehen jetzt Turm G3, Dame F4 Schach, der König geht nach B1 rüber und Sprenger G4. Jetzt hängt die weiße Dame, er muss was machen, Dame H4. Aber es ist alles nicht weiter schlimm hier. Das Problem ist, ich stehe hier immer noch in lauter Festungen drinne. Es droht auch immer mal, dass er hier mit Turm E7 reinkommt. Und die Stellung ist einfach grauenvoll hier für Schwarz. Ich spiele jetzt weiter mit A4, versuche hier mal Gegenspiel zu bekommen. Das ist richtig. Nochmal irgendwas hier zu versuchen. Aber jetzt spielt er das hier auch sehr stark. Es gibt hier einen schönen Zug für Weiß, gern nochmal das Video anhalten. Weiß spielt weiter mit Springer A5. Und ich kann den Springer nicht nehmen. Warum nicht? Es kommt einfach Turm E8 Schach. Nach Turm G8 wird der Turm genommen. Und es folgt Dame D8. Er gewinnt schon mal mindestens den Turm und steht einfach auf Gewinn. Das kann man nicht machen hier, nicht zulassen hier. Und das ist grauenvoll einfach. Wir sehen jetzt Springer A5, Dame F2. Ich greife hier beide Türme an. Turm E2 greift meine Dame an. Ich gebe ihm Schach. Er geht hoch. Läufer A6. Und nach Läufer A6 folgt noch Turm E4. Dame schlägt er 5. Turm schlägt G4. Er gewinnt jetzt hier die Figur. Das war auch nicht mehr zu verhindern. Der Springer hängt einfach. Und wenn ich ihn wegziehen sollte, kommt Turm schlägt G7. König schlägt G7. Dame E7 Schach. Er kommt hier komplett rein. Die Stellung kann man als Schwarzer hier einfach nicht halten. König A8, Dame F6. Und Game Over hier. Dame schlägt G6. Komplett vorbei. Schauen wir uns noch das Ende der Partie an jetzt hier an der Stelle. Die Partie ging nicht mehr allzu lange. Dame schlägt F5. Turm schlägt G4. Dame F7 Schach. König A1. Dame F1 Schach. Und jetzt kommt Springer B1. Ich habe keinen Schach mehr. Habe noch auf G4 genommen. Habe noch Dame F5 gespielt. Und auch Turm G5. Habe ich hier aufgegeben. Hier ist die Stellung komplett vorbei. Und Schwarz hat eine ganze Figur weniger. Und absolut aufgabereif. So, das war meine Analyse zu dieser ersten Partie, die ich am Wochenende gespielt habe. Ein sehr trauriger Ausgang für mich am Ende. Obwohl die Partie eigentlich sehr schön war und genau mein Spielstil war. Es hat mir Spaß gemacht, diese Eröffnung zu spielen und auch diesen Angriff hier zu spielen. Super zweischneidig. Super aggressiv. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest einiges daraus mitnehmen. Falls es dem so sein sollte, würde ich mich sehr freuen, wenn du auch mal bei den anderen Videos vorbeischaust. Da habe ich auch noch ein paar Partieanalysen für dich aufgenommen hier. Die kann ich dir hier auch mal einblenden. Und dann sehen wir uns vielleicht schon im nächsten Video. Bis dann. Dein Janik. Ciao. Dein Janik.